Hallöchen, ihr Baden-Hausen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Agrarian Skies Nr. 2. So, letzte Folge haben wir die Barrels hier aufgebaut, da werden wir auch weitermachen heute. Ich werde definitiv schon mal ein paar Items Ducks hochlegen, dass wir dann jetzt bald mit einer dicken Servo vielleicht hier Dingens machen können. So, dann haben wir den Items Ducks schon mal oben, da muss jetzt noch das Servo rein und dann können wir eigentlich im Prinzip schon mal anfangen. Ich würde auch sagen, wir legen erstmal hier hinten eine Kiste hin, hier am Ende, wo der Rest reingeht. Aber da brauchen wir so eine, war da Dance, Warte mal, Items Ducks, war das Dance, Increases, ne, das ist Dance gewesen. Ja, die brauchen wir. Machen wir Zinn. Und dann brauchen wir einmal Pulverweist Led. Alles klar. Schauen wir mal wie viel wir noch haben. Wir brauchen nämlich Zinn und Led dafür. Wir brauchen sowieso nur einige. Dann machen wir einmal Pulverweist Led. Da haben wir Sand drin. Sehr schön. Machen wir einmal Led bitte. Damit wir eine davon kriegen. So, wir haben noch ein paar Toast. Sehr schön. Hier haben wir mal den Dust rein. Die Transfer Notes brauchen wir, glaube ich, auch jetzt gerade nicht mehr. Genauso wie die. Da ist noch Reed, Fleisch. Da packen wir alles weg hier. So, das haben wir. Das heißt, wir brauchen eine Dance Item Ducks. Dafür, für die Kiste hinten. Äh, die Kiste steht aber scheiße. Warte, dann stellen wir sie da hin. Da kommt der Dance hinten. So. Da sind wir mit von den neuen Dingern. Ähm, von den neuen, ja, Leitungen von thermal Ducks. Dynamics. Dynamics. Und die sind im Prinzip so, wie man sie früher einstellen konnte. Auch mit dem, äh, mit den, äh, mit den Dance und, ja, Vakuum. Vakuum war ja, war ja, wenn die Priorität höher haben. Und Dance ist die halt Priorität niedriger. Mehr ist halt eigentlich gar nicht. So, jetzt brauchen wir noch eine Servo. Im geilsten wäre natürlich erstmal eine dickere Servo. Schau mal. Ich hoffe, draußen die Baustelle hört man nicht so stark. Inva, Iron. Inva haben wir nur noch einen. Das ist aber frech. Oder? Ne, Inva haben wir noch. Sehr gut. Wie in Force kriegen wir nicht hin, weil da das, ähm, mit, mit Ding ins Glas und sowas. Äh, haben wir noch Iron Nuggets. Zwei. Nein. Aber wir haben noch einen Ingot. Da brauchen wir ein Glas und einen Redstone. Äh, dann machen wir uns noch Iron Nuggets. Und dann bauen wir uns mal die hier. Sehr schön. Die will ich nämlich haben. Du kannst auch wieder weg. Danke. Weil die geht ein bisschen schneller. Alle zwei Sekunden. Und macht dann ein 16 Stacks. Äh, ein 16er Stack. Raus. Da wird noch eine schneller reinkommen. Auf jeden Fall. Könnt ihr auch drauf lassen. Weil die ist nämlich voll. Deswegen werden wir den mal was rausziehen hier. Dann sollen die halt die, die restlichen Sachen oben in die Kiste packen. Wenn wir noch keine Barrels haben. Ist nicht ganz so schlimm. Barrels ist halt immer, ist jetzt gerade halt das Problem. Da müssen wir, müssen wir, müssen wir auf jeden Fall richtig viel Holz haben für. Das ist leider so. Das ist ja das, was uns auffällt. Das Holz. So. So. Hallo. Hau mal ab hier. Was ist denn hier los? Komm mal weg. Stimmbar. So. Letztes Mal haben wir einen großen gehabt. Einen großen Baum hatten wir letztens. Natürlich geil, wenn wir da nochmal passiert. Weil da kriegt man halt richtig viel Holz raus aus den Dingern. Das sind großen. Oder Dschungelbäume. Dschungelbäume sind natürlich auch Premium. Gerade die Vierer. Die können ja auch richtig viel Holz rausbringen. So. Gleich ist der Stick wieder fertig. Also von dem Bonemeal meine ich natürlich. Ja. Ist schon fertig. Mach den mal weg hier. So. So. Achso. Scheiße. Der Halser trägt komplett ab hier. Okay. Dann wollen wir mal wieder anpflanzen. Die drei. So. So wie viel Holz haben wir wieder? Etwas über ein Stack. Immerhin. Etwas über ein Stack ist jetzt nicht wirklich viel. Aber gut. Besser als nix. So. Vier Stück haben wir schon wieder. Acht Kisten machen wir wieder. Erstmal. Das reicht sowieso nicht. Von Holz. Bei weitem nicht. Wir haben ja letztlich. Ich habe ja letztes Mal so gezählt. Wie viel wir ungefähr brauchen. Sieben Stück sind das jetzt wieder. Immerhin. Stell mal hier bitte einen Stein hin. Damit ich hier dran komme. Da ein und da ein. noch ein Stein. So. Jetzt müssen wir noch überlegen. Was müssen wir da jetzt rein machen noch? Haben wir. Warte mal. Was haben wir denn jetzt alles durch? Das ist Sand gewesen. Ne. Das ist was Sand. Kakaobohnen und Gelurium haben wir auch noch nicht. Dann machen wir das doch erstmal. Da rein. Dann machen wir hier jetzt Gelurium rein. Scheiß drauf. Zu. Kakaobohnen. Haben wir auch. Weil ich sehe gerade Diamanten und so habe ich. Warte mal. Warte. Hau mal ab hier. Also auf der kommt. Das ist geil. Zeug kommt da oben rein. Ich mache da unten jetzt Diamanten und so rein. Diamanten. Emeralds. Lapis. Hau ich hier unten rein. Da kommen wir zum Beispiel Diamanten rein. So. Dann kommt hier oben noch Baumie rein. Dann kommt hier nämlich Emeralds. Weil da würde ich gerne. Auf. Auf der unteren Ebene haben. Da bin ich ungefähr sehen. Was wir haben. Von dem Zeug. Wird es da hinten. Okay. Das ist okay. Das kommt auch da oben rein. Emeralds. Kommt auch hier oben rein. Dann brauchen wir nämlich nicht so oft. Dann kommt hier nämlich noch Kohle und Flint rein. Dann kommt hier nämlich Kohle rein. Und da kommt Flint rein. Und wieder alle voll. Und immer noch nicht alle fertig. Definitiv nicht. Aber wir haben schon mal unsere Dingens fertig. Unsere. 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 Hier. Dust. Anschlüsse. Die sind ja schon da. Na komm mal hier. Warum kam denn Sky? Soll ich da raus? Frage. Verstehe ich jetzt nicht. Aber gut. Aber die hatten wir doch schon drin. Oder die kamen natürlich gerade. Könnte ja auch sein. Goldohr haben wir nicht. Ey wir haben kein Goldohr. Verdammt. Verdammt. Genau. Ich wusste, dass ich was vergessen habe. Emeralds haben wir auch noch. So. Dann würde ich nämlich eher sagen, wir bauen hier noch einen neben. Dann. Appetite haben wir nämlich auch noch nicht. Gunpowder und so haben wir auch noch nicht. Machen wir auch. Wir bauen hier noch einen neben. Und dann machen wir dann Goldohr und so rein. Das heißt wieder. Bäumchen hacken. Bäumchen hacken. Na würde ich auch gerade sagen. Willst du mal wachsen? Das war sogar ein größerer glaube ich. Als normal. Obwohl ich es jetzt nicht genau weiß. Aber gut. Scheiß drauf. So. Dann ist unser Lager nämlich gleich fertig. Unsere komplette Automatisierung ist dann fertig. Und ich muss sagen, so habe ich die auch noch nicht gebaut. Mit diesen Automatik-Hämmern und so. Ist auch mal was Neues. Weil sonst hat man das ja immer meistens so gemacht. Oh. Sonst hat man das ja meistens so gemacht, dass man einfach. Hier. Dingens. Dahin. Gemacht hat. Hallo. Sonst hat man das ja meistens so gemacht, dass man die einfach gesammelt hat. In den Dingern. In den Barrels. Und dann. Irgendwann weiterverarbeitet hat. Jetzt haben wir das vollautomatisiert. Wie gesagt, das habe ich auch noch nicht gebaut. So. So war cool zu sehen, dass das auch geht. Muss man ja auch erstmal mal gemacht haben. Man hofft ja immer, dass dann auch bei manchen Leuten dann halt, die das dann sehen, auch vielleicht eine Inspiration gibt, das so zu machen. Weil ich muss sagen, hätte ich das vorher mal gesehen, dann hätte ich das vorher auch schon gewusst. Und hätte gesagt, ja, wir können heute, machen wir mal das so. Dieses Mal. Weil, wie gesagt, ich hatte, ich mach das ja, ich hab das ja bei Clouds of Darkness, hab ich ja zum Beispiel anders gehabt. Die, ähm. Die, oh, da war ein großer bei. Sehr gut. Da hab ich ja die, die Erz, das Lagersystem hab ich ja ein bisschen anders gebaut bei Clouds of Darkness. Ein bisschen vor allen Dingen. Da hab ich das ja so gebaut, wie ich's doch ganz immer mach, mit den einzelnen, ähm, Dingern. Mit den, ja, mit den Ärzten selber. Da ist noch was. Nein! Ich will da hoch. Was mit da hoch du? So. Da will ich noch haben hier. Da ist noch, da ist noch Holz. Geht ja gar nicht. Da ist auch noch Holz, da hinten. Puh! Komm her, du! Hä? Boah, ich krieg den nicht. Ist nicht wahr. Jetzt krieg ich den da oben nicht. Doch. Das ist auch noch mal. Scheiß drauf. Hol ich gleich, wenn sie runterfallen. Geht ja gar nicht. Ich komm jetzt nicht dran. So. Sag mal, alles ein hier. Ja, glaub ich, da hab ich mal abgerissen. Ach ja. Immer dasselbe hier. Also die Crops da. Wie sieht's. So. Bitte schön. Ich wollte gerade sagen, komm ich ja nicht dran. Wird so ein Ding. Wow. Über zwei Sticks Holz hab ich jetzt. Geil. Dann haben wir das hier als Kisten. Und ich glaube, gleich sollte er mit dem Barrels fertig sein. Ich glaube schon. Das sieht gut aus. Weil da sind jetzt einige, die wir jetzt kriegen. Da sind jetzt 18 Stück, die wir jetzt da rauskriegen. Ich glaube, das reicht. Wie gesagt, ich baue jetzt hier noch welche hin. So. Dann haben wir jetzt schon mal Gold raus. Das kommt da rein. Dann kommt hier noch Appetite. Das kommt da oben rein. Das brauchen wir sonst nicht. Und Gunpowder. Gut, das kann hier rein. Das ist egal. So, jetzt weiß ich gerade gar nicht. Was haben wir denn noch? Wir haben noch Appetit. Haben wir. Lapis haben wir. Flint haben wir. Kohle haben wir. Ich glaube, ich hab alles durch. Ich glaube, ich hab alles durch. Eins, was ich jetzt noch machen möchte. Ich will die auf jeden Fall noch oben drauf bauen. Weil ich könnte noch Saplings zum Beispiel da reinschmeißen. Holz. Zum Beispiel auch. Nein, das passt nicht. War klar. Geht wieder nicht, ne? Stück. So, dann machen wir das so. Hey! Willst du mich jetzt verarschen? Ach ja. Ja, geh mal her. Die Dinger. Danke. Dann machen wir nochmal. Oh, ich hab Hunger, sehe ich gerade. Ich meine nicht mehr so schnell ab. Warum ist denn der Appetit rausgeflogen? Achso. Weil ich auswärts sind rechts aufgeklickt hab. Wahrscheinlich. Ich muss mal was essen. Ich muss was futtern. Und einen Schluck Kaffee. Ich würde gleich sagen, und wenn wir jetzt das hier aufgebaut haben, dann beenden wir die Folge wieder. Wir haben jetzt ein Lagersystem gebaut. Wie gesagt, ich hole zum Beispiel hier Settlings rein. Dann haben wir das auch. Und dann hauen wir da oben noch zum Beispiel Holz rein bei dem. Da schon wieder, was ist das denn hier? Habe? Bist du denn gewachsen, Kumpel? Bist du denn hier gewachsen? So. Der Baumfarm wird auch jetzt noch als nächstes kommen. Auf jeden Fall. Genau, Äpfel können wir auch noch machen. Weil der ja auch aus der Baumfarm dann rauskommt. So. So leuchtet doch. So läuft es, würde ich sagen. So. Guck mal, da können wir noch Settlings reinschmeißen. So. Und jetzt sollte es eigentlich funktionieren. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch das ganze Geschlunse darunter bringen. Achso, Gunpowder können wir noch reinpacken. Eben. So, auch schon drei Stacks. Das können wir jetzt eigentlich nur darunter bringen. Warte mal eben. Ich muss mal kurz das Zeug hier noch wegpacken. Das, das. Die Servo brauchen wir auch nicht. Die brauchen wir auch gerade nicht. Doch, die brauchen wir noch. Äh, die brauchen wir nicht mehr. Kisten brauchen wir jetzt gerade nicht. Und die brauchen wir nicht. Und die brauchen wir auch nicht mehr. So. Stimmt ja, ich muss noch was da dran bauen, glaube ich. Oder? Ja, sieh, da oben, klar. Erstmal die hier. Scheiße. Äh. Problem ist jetzt natürlich. Die Kiste steht scheiße jetzt. Muss ich sagen. Äh. Weil das Ding eigentlich kacke steht jetzt. Warte mal. Ich habe hier noch einen frei, ne, gehabt. Da müssen wir anders bauen. Ich mache es weg. So. Da muss die Kiste hier hin. Erstmal. Da muss ich mir nur was einfallen, was mit der Kiste. Weil hier kommt, wie gesagt, da kommt der Rest hin. Und zwar hat ich ja sowieso noch frei, ne. Das passt. Also kann ich auch in die Kiste noch dran hier hinten. Gut. Dann packen wir mal kurz einmal die Sachen noch weg. Die packen wir jetzt runter in die Kiste. Wo, ähm, das drin ist. Und dann beenden wir die Folge. Nächste Folge mache ich dann noch die restlichen Sachen darüber. Und fertig. Und hier kommt, glaube ich, das rein. Naja. So, hier hast du was zu packen. Packagen. Viel Spaß, Kumpel. Jetzt hast du was zu tun, mein Freund. Und der sollte eigentlich leer sein. Genau. Sehr gut. Hat passt. Saubeer. Passt alles. Geht alles. Läuft, würde ich sagen, bei uns. Ja, der sucht natürlich. Ist klar. Die ist die ganze Zeit leer. Das heißt, oben füllt sich die ganze Zeit was auf. Das ist doch schön. Im Endeffekt haben wir jetzt unser Lagersystem, unsere vollautomatisierte Produktion haben wir jetzt ausgebaut in unserem Lagersystem und hier sammelt sich alles an in Dust. Iron Ore Dust. Alles mögliche. Alle Ärzte. Wo ich gerade sehe. Haua. Hallo. Das ist frech hier. Man hau ab. So. Dann haben wir das Holz auch noch weg. Na, geh weg hier, du altes Gelumpe. So. Ne, wir haben, wie gesagt, wir haben jetzt alle Ärzte hier drin. Als Dust. Alle Nebenprodukte von Sand, Dust und Gravel sind auch hier drin vertreten. Was jetzt noch fehlt, ist natürlich Soul Sand zum Beispiel und ich glaube Netherwake auch. Aber das kommt noch. Da wird dann halt etwas, ich weiß gar nicht, wo wir das dann noch hinbauen. Ich glaube, das Kribisfeld muss bald weg. Das muss umziehen, glaube ich. Oder wir bauen hinten so einen Weg lang. Mal schauen, wie wir das machen. Egal. Ich wende jetzt erstmal die Folge und wie immer sage ich zu euch, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst ein Kommentar da. Ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Wir sind uns beim nächsten Mal bei einer Runde Aquariums Geist Nummer 2. Tschüssingen.